Freunde des Heimwerkens, mein Name ist Sönke und in der Machtbeakademie zeigen wir euch heute, wie Dennis und Leonie eine Fototapete anbringen. Das Tapezieren einer Fototapete ordnen wir in die Kategorie 3 von 5 ein. Für das Projekt braucht ihr einen halben Tag und ihr solltet einen Freund oder eine Freundin um Hilfe bitten. Im ersten Schritt bereiten wir die Wand vor, als nächstes messen wir aus und zeichnen Hilfslinien ein und schließlich bringen wir die Tapetenbögen auf. Fototapeten sind in jedem Raum echte Hingucker und in der Regel einfach anzubringen. Wir haben uns für ein Dschungelmotiv entschieden. Am besten habt ihr vor dem Kauf eure Wand vermessen und wisst genau, wo ihr die Fototapete platzieren wollt. Los geht's mit dem Check eurer Wand. Sie sollte trocken, sauber und staubfrei sein. Und Unebenheiten, die entfernt ihr sorgfältig mit dem Spachtel. Und solltet ihr noch Löcher entdecken, so müsst ihr diese zuerst zuspachteln, bevor ihr mit der Arbeit beginnen könnt. Fototapeten haben eine glatte Oberfläche, deswegen müsst ihr bei der Vorbereitung besonders sorgfältig sein. Kleinste Unebenheiten des Untergrundes werden sich am Ende deutlich abzeichnen. Um den Boden zu schützen, macht es Sinn, eine Folie oder Malervlies auszulegen. Außerdem kleben wir die Fußleisten ab, um sie vor heruntertropfendem Kleister zu schützen. Dann entfernt ihr noch die Abdeckungen von Lichtschaltern und Steckdosen. Und wie immer bei der Arbeit mit der Elektrizität gilt natürlich die Regel, die Sicherungen auszuschalten. Und wenn ihr alles vorbereitet habt, dann kann es jetzt losgehen. Um festzulegen, wie wir unser Fotomotiv an der Wand platzieren, muss erst einmal gemessen werden. Das gesamte Motiv wird bei uns später eine Länge von 3,68 Meter und eine Höhe von 2,48 Meter haben. Und das Fotomotiv ist in unserem Fall in vier Bahnen unterteilt. Wir wollen übrigens, dass zwischen dem Rand der neuen Tapete und der grünen Wandfarbe ein Streifen von so zehn Zentimeter weiß bleibt, das müssen wir gleich beim Einzeichnen mit beachten. Zuerst messen wir die Höhe unserer Wand. In unserem Fall haben wir 2,90 Meter bis zur Decke. Und die halbieren wir und markieren die 1,45 Meter vom Boden aus auf unserer Wand. Vom Rand der grünen Wandfarbe messen wir die halbe Länge der Tapete und addieren unsere zehn Zentimeter. Zusammen sind das dann 1,94 Meter. Zeichnet euch mit der Wasserwaage jetzt eure Ansatzlinie. Einmal waagerecht und dann nochmal senkrecht. Und durch diesen Schritt haben wir die Tapete auf der Wand vermittelt und erreichen, dass unser Fotomotiv den gleichen Abstand zum Boden wie zur Decke hat. Rechts bleibt ein Streifen von zehn Zentimeter, oben und unten sind es dann 21. Das Kreuz, das markiert jetzt unseren Mittelpunkt und von dort aus können wir mit dem Kleben der nummerierten Bahnen beginnen. In der Regel wird zu jedem Fototapetenset auch gleich der richtige Kleister mitgeliefert. Und den mischen wir in einem Eimer kaltem Wasser mit Hilfe eines Akkuschraubers und Universalrührers an. Und dabei halten wir uns genau an die Vorgaben des Herstellers. Unsere Fototapete wird später nach dem sogenannten Wandkleberverfahren angebracht. Das heißt, der Kleister wird nicht auf die Tapete, sondern direkt auf die Wand angebracht. Und nun können wir mit dem Tapezieren beginnen. Ihr kleistert die Wand ein, aber nur für den einen Bogen, den ihr anbringen wollt. An den Rändern tragt ihr den Kleister mit dem Pinsel oder einer kleinen Rolle auf und in der Mitte könnt ihr großflächiger mit der großen Malerolle arbeiten. Die richtige Trocknung, die ist bei Fototapeten besonders wichtig. Achtet darauf, dass ihr bis zum Ende der Trocknungszeit rund 20 Grad Raumtemperatur habt und dass ihr im gleichen Zeitraum Zugluft vermeidet. Denn sollte der Kleister ungleichmäßig durchtrocknen, kann die Tapete rissig werden oder sich an den Nähten lösen. Und alles eingekleistert, dann kann es jetzt losgehen. Die erste Tapetenbahn setzt ihr an eure Ansatzlinie an und arbeitet da genau, denn sonst wird das Endergebnis nachher schief. Diese Arbeit solltet ihr auf jeden Fall zu zweit durchführen. Einer hält, der andere justiert. Und sobald die Fototapete an der einen Seite ausgerichtet ist, könnt ihr die erste Bahn vollständig auflegen. Und dann rollt ihr euren Bogen komplett mit einem Tapetenroller aus Moosgummi schön ab. Damit entfernt ihr ganz einfach alle entstandenen Luftblasen und lieber einmal mehr als zu wenig rollen. Das sorgt dafür, dass die Tapete perfekt an der Wand anliegt. Achtet aber darauf, nicht zu viel Druck auszuüben, denn ihr wollt zwar die Luftblasen der Tapete entfernen, aber nicht den kompletten Kleister wieder rausdrücken. Falls ein bisschen an den Rändern herausquillt, entfernt ihr den mit einem feuchten Tuch, bevor er antrocknen kann. So, und jetzt geht es an den zweiten Bogen. Die Ränder kleistern wir erst einmal sorgfältig mit dem Pinsel ein, den Rest des Kleisters sowie eben großflächig mit der Rolle. Und diese zweite Bahn, die schieben wir exakt an die erste Bahn, bis das Bild übereinstimmt. Fototapeten werden normalerweise auf Stoß tapeziert. Das heißt, die Kanten liegen Naht an Naht und werden nie überlappend angebracht. Und wenn alles richtig sitzt, bearbeiten wir die Naht sowie den Rest des Bogens wieder mit dem Tapetenroller. Und genauso gehen wir auch beim dritten und beim vierten Bogen vor. Alternativ zum Tapetennahtroller kann man auch mit dem Andrückspachtel über die Tapeten gehen, um Luftlöcher zu entfernen und die Nähte optimal zu verbinden. Solltet ihr Fragen zum Projekt haben, kontaktiert einfach einen Berater in der HeyObi-App oder fragt einen Mitarbeiter im Obi-Markt. So, wir haben die letzte Bahn angebracht und bei solch kniffligen Stellen, wie hier bei uns an der Steckdose, arbeitet ihr am besten mit einem Cuttermesser. Schneidet nicht zu viel heraus, sonst verdeckt die Steckdose später nicht die Schnittkanten. So, jetzt noch ein letzter Blick. Gibt es noch irgendwo Blasen? Tritt noch irgendwo Leim aus? Und wenn ihr auch diese letzten Arbeiten erledigt habt, könnt ihr die Abdeckung der Steckdosen wieder anbringen, eure Baustelle aufräumen und habt mit der Fototapete ein echtes optisches Highlight gesetzt. Und wenn ihr nochmal nachlesen wollt, wie genau eine Fototapete angebracht wird, haben wir euch unter dem Video eine Schritt-für-Schritt-Anleitung verlinkt. Darin enthalten ist auch eine Material- und Werkzeugliste. Auf unserem Kanal gibt es noch mehr Tapetenfilme. Einfach abonnieren und umsetzen. Alles machbar mit Obi.